Ich lerne Deutsch. Nummer 13726 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank für die freundliche Beratung. Ich werde den Artikel sofort mit Kreditkarte bezahlen. Vielen Dank für die freundliche Beratung. Ich werde den Artikel sofort mit Kreditkarte bezahlen. Vielen Dank für die freundliche Beratung. Ich werde den Artikel sofort mit Kreditkarte bezahlen. Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs wurde auf 30 km pro Stunde reduziert. Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs wurde auf 30 km pro Stunde reduziert. Betont, dass die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs auf 30 km pro Stunde gesenkt wurde. Ohne Ehrgeiz wäre der Weg zum Erfolg nicht so erfüllend und lohnend. Ohne Ehrgeiz wäre der Weg zum Erfolg nicht so erfüllend und lohnend. Für einen erfrischenden Smoothie mische ich gerne Joghurt mit Früchten. Für einen erfrischenden Smoothie mische ich gerne Joghurt mit Früchten. Tauche ein in die Welt des Deutschlernens mit unserem Angebot. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.